Am Montag, dem 15. Januar, löst Kommissar Klüver alias Robert Azorn zum letzten Mal einen Mordfall auf Sylt. Mit Klüver und der leise Tod, der um 20.15 Uhr zur besten ZDF-Sendezeit beginnt, nimmt der populäre Schauspieler Azorn nicht nur Abschied von der erfolgreichen ZDF-Nord-Nord-Mordserie, sondern zieht sich ganz vom Bildschirm und aus der Öffentlichkeit zurück. Robert Azorn möchte sich zukünftig nur noch seinem Privatleben widmen. Sein Nachfolger in Nord-Nord-Mord ist Peter Heinrich Briggs, der schon im Oktober zum ersten Mal auf Sylt drehte. Robert Azorn werden sicher viele Zuschauer in der deutschen Fernsehlandschaft vermissen.